Ja, erste Trainingseinheit jetzt wieder und erstmal locker reinkommen. Das neue Trainingsjahr. Was machen wir heute, um locker reinzukommen? Beweglichkeit, ein bisschen auflockern und wie man bei Jürgen sieht, glaube ich, vor allen Dingen Beweglichkeit. Hier, gespritzt. So wie die Pumpe immer. Aber ich nehme richtiges hin. Dann hier aufrichten. Vielleicht wieder hier, zack, runter, hoch, durchstrecken. Nur leichten Schwung mitnehmen, hoch, genau. Genau, und auch die Arme bleiben schön vom Boden weg. Und wenn du gut runterkommst auf den Boden, probier gleichzeitig das hier nochmal ein bisschen mehr runter zu drücken. Also Arsch, genau, und Rücken. Dass du ein bisschen Gegendruck ausbaust. Okay, jetzt hier rüberkippen, mit rüber gehen. Achtmal Fuß, achtmal Knie und dann elegant rüber wechseln, andere Seite. Viermal eleganten Liederseiten überwechslägen. Nach vorne rein. Zumindest das Knie schön weit nach vorne. Und richtig schön langen Strecken, bis sie hinterher gehen. Dann arbeiten wir mit dem hohen Bein. Und dann wieder in verschiedene Richtungen. Hacke nach hinten, Faust nach vorne. 20 Sekunden halten. Und erspannen. Jetzt kommt meine Kommunisten-Faust wieder, die ich elf Jahre lang verinnerlicht habe. Und absetzen. Wieder nochmal nach hinten. Ein bisschen länger jetzt in dieser Position. Auch da in den Bauch einatmen. Der linke Arm lockiert gegen. Leid wechseln. Dann die Füße ausgangspositionen. Knie abheben. Dann einen schönen stabilen Stand erstmal finden. Und dann diagonal. 3, 4 Es ist leichter Beschweriger Ja Bleib unter der Brücke Ja Und dann Schauen wir mal Brücke Alter, die Post kam irgendwie runtergeballert Die haben wir mal nicht drauf, ne? Ich auch Hast du mal drauf, ne? Erstmal über die Bauchmuskel aktivieren, wo du dich hoch ziehst die erste und beim zweiten dann die Leichenmuskel nutzt Und dann die 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 die